Yo Leute, Willkommen auf Smash TV. Jetzt starten wir richtig durch mit den Videos. Ja, endlich sind wir wieder da. Und heute drehen wir eine Pantomime Challenge. Kameramann, gib mal die Mütze. Ja, okay. Also ja, in dieser Mütze sind ein paar Aufgaben. Ja, und wir müssen die dann ziehen. Der muss irgendwas vormachen, was da auf dem Zettel stammt. Aber man darf nicht reden. Man muss nur Bewegungen machen. Ja, und let's go. Ja, perfekt dann. Ja, okay. Schöne, 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 Schöne. Scheiße. Ja, also. Ohne Scheiße. Okay. Wow, okay. Okay, hier. So, okay, du hast drei Sekunden Zeit, um das zu erraten. Okay. So, die Zeit läuft. Okay. Ein Fisch. Nein. Ein... Hai. Hä? Ein Fisch. Ein Teppich. Du Scheiße. Ein Hai. Ein Wahn. Mein Gott. Hä, was ist das? Ein Hai. Ein... Ein... Ein Ding ist da. Ja, die Zeit fuhr. Mann, fuhr. Nein, Mann, das war eine Schlange. Idiot, Alter. Hä? Hä? Ja, sag mir nicht alles. Ja. Ach du Scheiße. Ja, jetzt bin ich dann und warte. Die Zeit läuft. Okay, ja. Ich hab's gemeint. Okay. Und die Zeit läuft. Ein Tänzer, Justin Bieber, Silvia Gomez, Cyrus, Michael Jackson. Ja! Wirklich? Ja, guck. Geil, Alter. Alter, was geil. Braus. So, ich ziehe jetzt. Oh, die... Oh, das... Oh. So, die Zeit läuft. Oh, das ist leicht. Ein Storch. Ein Storch. Äh? Ein Vogel. Ein Wuhn, ein Wuhn. Ein Wuhn. Alter, wie ist das so? Alter, wie ist das so? Ich dachte, ein Storch. Weil die machen auch so, immer. Ja. Also... Ja. So, jetzt zieh ich. Ah, okay, 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 okay. Die Zeit beginnt. Ähm... Warte. Ein Hase. Ein Kängur. Ja! Ey, Junge! Hab ich geklappt? Nein, ja, ich bin nicht. Ja, okay, 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 okay. Ich hätte du als Luther genau so gesagt. Nein, nein, nein. Wessen wir? So, okay, ich zieh. Ach so. Du hast es gesehen, Alter. Nein, ich hab's nicht gesehen. Du hast es gesehen. Nein, hab ich nicht. Jetzt komm. So, die Zeit läuft. Okay. Ich wusste es! Storch! Feige! Ja! Also ich wusste, dass du Storch! Ich sag mal, hier noch Storch! Ja! So, jetzt zieh ich. Ach so, okay. Ja, das adaptest du eh. Okay. Und die Zeit beginnt. Ein Kletzerer. Was? Ein Wanderer. Ein Affe! Ja! Ja! Ja, Alter! So, das ist das erste Mal, der die drei Punkte geknackt hat. Ja. Habe ich gewonnen. Natürlich bekommt der eine Bestrafung. Und zwar, ich gebe dem abgelaufenes Joghurt ins Gesicht. Abgelaufenen Joghurt, ne? So. So, die Knie mit dir. Hey! So, komm. Ey, aber mach nicht direkt die ganze Packung. Okay, komm. Nein, nicht die ganze! Guck, guck! Ey, guck da oben! Guck da oben, Mann! Alter, yo! Guck da oben! Ich kann nicht atmen! Ja! Jo! Alter! Guck! Iiiiih! Iiiih! Ist das eklig! Bäh! 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 Guck da mal nach oben, Alter! Ja! Ja! Guck da oben! Bäh! 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 Wichs, Mann! Ey, guck mal! Jo! Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Und auf dem nächsten Video. Ciao!